Der in Rapper-Kreisen bekannte Rapper Sido hat nach einer Fernsehsendung in Österreich einen Reporter gehauen, weil er sich provoziert fühlte. Wieder einmal hat die Gesellschaft versagt. Das Fernsehen war schon immer ein Ort der Gewalt und die Kriminalitätsstatistik ist rückläufig. Aber die sozialen Ursachen wirken eben gerade bei Rappern besonders stark. Der Reporter ging zu Boden möglicherweise, hat er sich fallen lassen, aber Sido hat dann nicht auf ihn eingetreten. Damit dürfte seine Glaubwürdigkeit erledigt sein oder er ist ab jetzt der Gentleman Rapper. Morgen geht's weiter.